Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Rocket League Duos. Meine Mates sind heute richtig gut. Schaffen wir bald 1500 Abos? Was denkt ihr? Wenn euch das Video gefällt, denkt bitte an eine Bewertung und abonniert den Kanal. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Folge Rocket League. Runde Folge. Naja. Ich dachte im Kopf irgendwie, das hört sich besser an. Wo wollte ich da hin? Ich rede zu viel. Naja, danke fürs Einschalten. Ich hoffe euch geht's gut. Gute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ja, aber das hat mir den so free gelassen. Hat es wild, Alter. Letzte Folge war ja ganz verwirrt. Generell die letzten Folgen alle sehr, ne? Füßt sich an, als ob ich vielleicht ja doch auf Platin gewechselt habe. Ja, der auch mal was. Ah, der kommt gut. Ich so nehm. Hey, Bro. Ist das krank? Ist das krank? So was gibt's nur bei mir. Ohne Witz. Das hab ich noch nie bei irgendeinem anderen Rocket Content Creator gesehen. So ein Bullshit. Das passiert echt nur bei mir. Hey, Junge. Das kannst du dir nicht ausmalen. Der war ja ein bisschen obviers. Können wir es ihm rüberlegen? Können wir. Alter, wie wunderschön und clean. 3-0. Zum Start. Ganz schön. Hoffentlich kriegen wir jetzt nicht voll auf die Fresse. Natürlich besser, Deffen. Aber egal. Aber wo will der hin? Boah. Matchen, ey. Matchen, ich hätte den voll reingezimmert, ey. Das wäre schon ein guter Schuss gewesen. We made. Ah, schade. Ich hab versucht, ihn nochmal oben auf dem Dach dann lang zu tänzeln. Hätte ich ihm lassen sollen. Das war nicht so gut von mir. Hehe. Sorry, das hab ich jetzt nicht gesehen. Das war mein Fail. Ich dachte irgendwie, dass der Gegner doch noch drankommt. Ähm, das ist nicht ganz so hübsch hier. Okay, der haut eh weg. Hm. Können wir damit leben? Ja. Bald schon. Die gehen ja voll langsam drauf, Mann. Ich dachte, er geht halt in die andere Richtung schon drauf. Ah, ich dachte jetzt damit, weil er so langsam ist, dass er nicht damit rechnet, dass ich so goofy versuche, den Ball anzunehmen. Ja, da hätte ich ihn gebumpft, wäre cool gewesen. Sonst war es eher hässlich. Hahaha. Naja, man kann es ja mal versuchen, ne? In meinem einen habe ich damit ausgespielt. Ach, schade. Das ist super, auf jeden Fall da. Ach, Mann, ich wollte dich backflimmen. Ich wollte fast aerialen. Das passiert mir so oft, ey. Lass du das. Oh, ich dachte, der hat sich selber rein. Ja, aber wirklich ganz verloren hier, die Gegner. Das ist ja schon witzig. Wo ist denn der andere gewesen? Ey, Junge, was geht denn heute hier ab? Aber mein Mate war eigentlich cool. Das hat viel Spaß gemacht. Der hat auf jeden Fall immer gewusst, wo ich hinwollte. Nice. Also, jo. I guess, wir sehen uns in Game 2, Leute. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Game 2. Ich hoffe natürlich, dass die Gegner jetzt genauso los sind. Wollen wir mal sehen, ob mein Mate aber trotzdem genauso gut ist wie der eben. Das wäre natürlich ganz cool. Oh, schöner Kick-Off. Schöner Pass. Ah, schade. Ich glaube, ich hätte mit mehr Speed cutten müssen. Ich wollte ihn erst faken. Weil er ist gar nicht drauf eingegangen. Ja, den hätte ich auf jeden Fall besser haben können, ne? So ist es nicht. Warte. Bisschen langsam da gewesen. Komm mit. Des Todes. Ah, nice. Aber mein Mate ist auch auf jeden Fall ganz gut am Start. Okay, die hauen es einfach nur so dahin. Bisschen Kontrolle reinbringen. Das war komplett dämlich, der Ball von mir. Egal. Der andere. Oh, sorry. Stand ich bisschen dämlich. Mal wie. Ja, direkt ankommen, Bro. Ich dachte, er steht noch so weit hinten, Mann. Das ist manchmal so nervig. Scheiße. Du nervst so, Junge. Jetzt reicht es hier. Beim Schabernack. Ja, er muss eigentlich einfach nur schnell genug springen. Dann geht das schon irgendwie. Wird zwar besser treffen können, aber er kam gar nicht damit klar. Dann ist es fein, I guess. Nice. Mein Boost. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass der so Hunger braucht. Sorry. Das war schlecht von mir. Aber ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass er es nicht hinkriegt. So, also so von der Zeit her hätte der doch direkt da sein müssen. Das check ich nicht so ganz. Oh nein. Vielleicht. Kann ich mal pinschen, der Knack. 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 Was rede ich hier? Nichts gut. Wir gehen mal hier für den Boost. Oh. Dann kam der andere wieder und hat mich überrascht. Scheiße. Sorry. Ja, vor allem. Er hat mir halt ein Mate, glaube ich, ganz schön. Oh, da weiß ich nicht, wie ich da hin soll. Dann gehe ich lieber ein bisschen zurück und gehe auf Boost. Oh. Na ja. Nice. Immerhin hat er genug Zeit. Ich habe versucht, so viel Zeit wie möglich rauszuholen. Nicht so ein guter Ball, aber ich habe mich ein bisschen, ähm, wie nennt es sich, gefährdet gefühlt da. Nice. Oh. Digga, war's. Er ist dran vorbeigefahren. Bro, es war so ein Bilderbuchpass. Oh Mann, ey. Aber den hittet er dann, ne? Aber den hittet er. Ey, es ist verrückt. Ist das dumm. Aber nice shot, nice shot, Mann. Oh, da. Oh, da. Durch drauf. Nice. Nehmen wir mal lieber so. Oh je. Bin aber ganz schön gefährlich gemacht, du. Grüß dich. Nice. Ich weiß nicht, wann ich rein soll. Jetzt auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, dass ich warten, bis er da ist. Hm, ja, wir machen das schon ganz gut, I guess. Geht er? Gerade. Hm. Oh, warum stand er denn so weit links? Oh, ganz schrecklich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was lässt du? Ach, Digga, ich bin so keck. Warum miss ich das? Ah, okay. Die missen auch. Wir dürfen alle missen. Ah, schade. Ich dachte, jetzt spielt's vielleicht so. Na ja. Also, keine Ahnung, wie ich da versucht habe, ein Flip Reset zu bekommen. Aber, war wirklich komplett Eier lecken. Bitteschön. Ey, Mann. So eine Scheiße, wirklich. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.